hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video heute war ich im apple store und habe mir das neue ipad pro 9,7 zoll gegönnt und ich will es mal mit euch auspacken so zuallererst haben wir die hülle vorderseite sieht man das ipad von der seite von der einen seite steht nur ipad pro drauf die rückseite da sehen wir einmal ich habe das 128 gb modell mit wlan ohne lte reicht bin ich der meinung andere seite steht auch noch mal ipad unten ist nichts oben ist nichts ich würde sagen wollen wir mal reinschauen so da haben wir schon das ipad nehmen das wollen wir doch gleich rausholen legen wir erstmal beiseite mal schauen was wir sonst noch zu haben wir haben einmal ein lightning usb stecker leider immer noch usb 2 3.0 kein 3.0 aber gut ich denke mal für datenübertragung reicht es aus muss man nicht das usb 3.0 haben ist meine ansicht ist die standardlänge von ich sag ein meter also nichts besonderes dann haben wir hier weitergehend ein paar papierchen mal sehen ipad pro und ja wie immer ein paar apple sticker die sind immer finde ich ganz nett wollen wir es mal beiseite tun weiter haben wir noch das aufladenetzteil es sind jetzt nur noch 10 watt früher waren es ja immer 15 watt ja gut das spart apple wohl auch das gute ist ich habe noch ein anderes ipad von dem ich dann das 15 watt netzteil verwenden kann von daher ist es nicht das problem legen wir auch mal beiseite weiter ist nichts in der hülle drin hier sehen wir noch oben in der ecke die kleine aussparung so sieht man es besser für die kamera da sie jetzt ja genauso wie beim iphone 6 serie ein bisschen aus dem gehäuse raus steht wo ich mich fragen muss warum braucht man ein tablet was wo die kamera raus schaut finde ich macht irgendwie keinen sinn weil man hätte es ja auch ruhig ein bisschen dicker machen können würde zum einen den akku zugute kommen zum anderen würde man da die kamera verschwinden lassen so schmaßen mal die hülle beiseite einmal das neue ipad es soll ja weniger spiegeln und ich muss auch schon so sagen wenn man mal so reinguckt es spiegelt weniger wenn man jetzt auch so sieht es hat schon diverse fingerabdrücke machen wir es einmal an so ich werde es jetzt mal kurz einrichten und dann bin ich gleich wieder für euch da bis gleich so ich habe das ipad nun eingerichtet es ist momentan noch beim hochfahren und ja wie man sieht ist es eingerichtet erster april haha ist kein april scherz wie ihr seht haben wir das ipad also so ich habe ein backup geladen vom anderen ipad was ich habe damit ich nicht alles neu installieren muss ist also auf dem gleichen stand wie das andere das andere ipad ist ein ipad der vierten generation also doch schon etwas in die jahre gekommen aber jetzt wo ich gerade so sehe man sieht meine led beleuchtung an der decke die spiegelt doch legen wir es erstmal hin so ich muss sagen das display gefällt mir sehr gut ich weiß nicht wir können es vielleicht mal testen ob man den unterschied gut auf der kamera erkennt aber so wenn man es in der hand hält dieses ja wie sagt man da tru ton display das macht schon wirklich viel aus man glaubt es gar nicht dass es doch wesentlich angenehmer ist als so normales sieht man vor allem bei weißen seiten wo haben wir mal weiße seiten später 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 ich möchte jetzt keine pür kaufen ich will einfach eine weiße seite haben so haben wir jetzt die seite die ist jetzt ich lege mal das andere ipad daneben ich weiß nicht ob man das erkennen kann das eine ipad ist auf der kamera erkennt man es nicht aber das ipad pro 9,7 zoll ist deutlich wärmer von der farbintensität her als das andere erkennt man jetzt auf der kamera nicht so enorm aber als ich es eingerichtet habe hat man es schon gesehen so jetzt dachte ich mir machen wir mal so ein paar vergleiche das eine ist ja schon gewesen das ipad pro hat die besseren das bessere display bezüglich des true tone displays dass sich die umgebungstemperatur anpasst was aber noch finde ich sehr gut zu buche kommt ist es ist weniger es spiegelt sich weniger was drinnen und da muss ich sagen das sieht man wirklich mal schauen ob wir es in der kamera sehen ok jetzt habe ich nichts was sich spiegelt so da sieht man jetzt einmal meinen pc monitor im spiegelbild so ich sag mal hier sieht man ihn auch aber er ist nicht so extrem hell er ist dunkel also es spiegelt zwar auch ohne frage aber es ist nicht so extrem im vordergrund es ist wirklich eher im hintergrund heißt wenn ich die helligkeit hochdrehen würde dann würde man das gar nicht mehr sehen also finde ich so auch schon mal ganz nett so gehen wir mal auf die startseite so einmal zur geschwindigkeit dachte ich mir lass ich mal ein benchmark durchlaufen ich benutze geekbench 3 so genau hier sieht man auch dass das ipad pro dunkler ist im wärmeren ton macht als das andere ipad also willkommen gehen wir mal zurück hat mir schon gedacht warum es so lange gedauert hat lassen wir mal ein prozessor benchmark durchlaufen um mal zu sehen was sich da getan hat nochmal zur erinnerung das ist das ipad pro 9,7 zoll und hier haben wir das ipad der vierten generation also schon älter so das ipad pro ist schon fertig so da haben wir einmal einen single core score von 3609 was finde ich gar nicht mal so schlecht ist und ein multi core von 5258 finde ich schon nicht schlecht also es ist ja ein bisschen schwächer getaktet als das ipad pro 12 zoll aber ich denke mal es ist wegen dem akku dass der akku sich nicht so schnell verbraucht wie man sieht ist jetzt auch gerade eben erst das ipad der vierten generation fertig geworden packt beiseite da sieht man mal einen unterschied das ipad hat nur ein knapp 700er single core ist natürlich nicht viel für spiele und sowas war es mir schon zu wenig die haben geruckelt war nicht angenehm zu spielen sollte mit dem neuen besser sein so wollen wir noch einmal kurz wegen dem arbeitsspeicher schauen da haben wir ja jetzt erkennt man das überhaupt naja erkennt man jetzt nicht wirklich gut nehmen wir das mal hoch ein single core mit memory von 958 bei einem gigabyte und ein multi core von 1373 was jetzt nicht wirklich viel ist wenn man sieht dass das ipad pro mit 2 gigabyte was ich finde ich auch relativ wenig finde bei 3148 single score liegt und multi score von 3180 findet das doch schon wesentlich schneller ist aber auch klar was ich echt schade finde was auch bei mir ein der einzige punkt war wo ich gesagt habe kauf ich es mir oder kauf ich es mir nicht war wirklich dieser wenige arbeitsspeicher weil das ipad r2 wurde erstens im preis gesenkt und es hat genau die gleichen anzahl an arbeitsspeicher da habe ich mir gedacht warum muss ich jetzt fast das doppelte zahlen für ein ipad pro in anführungsstrichen ja nur um ein bisschen schnelleren prozessor zu haben aber gut auch wenn man so vergleicht mit den anderen benchmarks vom ipad r sieht man dass das doch schon sehr weit vorne liegt da haben wir multi core hallo da wo liegt denn das ipad r im multi core sieht man dass das ipad r mit drei es hat drei kerne das ipad r2 liegt bei 4340 punkten und meins liegt jetzt mal bei 5258 punkte also doch schon wesentlich mehr da habe ich mir gedacht gut ist doch wohl machbar auch wenn ich es besser gefunden hätte sie hätten auch 4 gigabyte verbaut so wie im großen oder sie hätten drei verbaut um so ein zwischending zu haben aber gut man kann nicht alles haben so jetzt gehen wir nochmal zurück wir starten jetzt mal gleich mal ein spiel um zu sehen wie viel schneller das ist und mein gott mal den ganzen gerassel hier leer machen was nehmen wir denn mal wir starten galaxy of freedom so relativ gleichzeitig gestartet da wird zumindest drauf gedrückt wie man sieht das ipad pro ist schon wesentlich weiter vorne hat quasi gar keine ladezeit gehabt ist jetzt schon im spiel während er dann werde ich den balken erst voll macht also man sieht schon eine enorme performance verbesserung gehen wir nochmal raus und wir können es nochmal anschauen mit was haben wir noch schönes muss man vielleicht ein bisschen länger lädt ich weiß nicht ob das lange lädt wir nehmen einmal das ist so ein 3d animations spiel wo man die schatten übereinander legen muss ist echt ganz nice ok da gibt es keinen wirklichen ladebildschirm aber wie man sieht war auch da das ipad pro schneller ich würde sagen das war es an sich auch erstmal schon so von meinem ersten eindruck ich werde es jetzt erstmal noch ein bisschen testen und dann werde ich mich in einer woche bis zwei wochen nochmal mit einem ausführlicheren Fazit zu meinem neuen ipad pro 9,7 zoll zurückmelden bis dahin wünsche ich euch viel spaß schaut euch meine videos an abonniert mich bis dahin ciao